hallo willkommen mal wieder zum hextech opening frisch rein in die wanden frisch geholt und ich leg mal wieder los mit euch und ich hoffe diesmal wird es besser ohne bugs ob das jetzt wenn das also ich füge auch nachher ein paar zu sachen zusammen mal sehen oder ist beim nix ich lass mich überraschen bin ja spontan ich glaube die punkte behalte ich mir um die restlichen champions wenn sie im angebot sind zu holen los geht es ist dein ernst hier zweimal es gibt tausende varianten die du hättest kriegen können tausend und ich krieg nur diese augen in letzter zeit was ist denn falsch gibt es an bestimmten der hagen nur bestimmte ein legendären emmy im wunderland skin darf ich die mir mal angucken habe ich nicht ich werde gerne mal sehen wie tippe es da aussieht das ist aber nicht okay ist schon so wo ich sage okay den skin kann ich zum entscheidenden nehmen für die anderen essenzen und mond wende 2015 feuerwerkskörper bespöre symbol ja danke dass ich jetzt habe ich habe ich überhaupt schon eins geholt ja für normale punkte für epe 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 epa 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 oberböse wicht welger ich habe schon endboss welger ich habe graubart welger ich habe ich weiß nicht wohin mit dem noch auch er packt noch mal eins super vier kisten lang hat es gehalten suchen wir sehen wer leuchtet mega leuchtet wandel und ein augen chart was ist denn das für eins kruft engel auge alter was soll ich habe acht oder neun charts in den dingen bekommen von lollipoppy oh man die spiel ich doch auch nie was ist denn das schattenvollkern wird einen epischen okay ich finde zum beispiel kennen wird übelst squishy da spiele ich lieber master he wirklich master he kann härtes snowballen wenn das richtig einstellt oder wenn er auch die chance hat rechtlich anstellen tut das mal ist es gut wenn er schon zum snowball punkt gekommen ist ist er schon gg also wenn er dann ist aber um da auch da zu bleiben braucht er die team jetzt schattenvollkern wird okay ist in ordnung so jetzt möchte ich mal wieder einen bug haben doch Diana ich brauche noch ein champion die habe ich tatsächlich noch gar nicht möchte ich auch nicht mag ich nicht ist mir zu die ist gut aber knochen clown shivana ist sie denn auch so ein totaler knochendino drache da wenn sie fliegt das wäre cool und interessant die den die tinskin gg zeige ich euch auch gleich cowgirl miss fortune ich zeige euch mal gleich warum die die cowgirl einen epischen überraschungsparty ja ne wie süß jetzt fehlt mir aber tatsächlich ein champion ne ach was mach ich also ich mach erstmal die skins weg die herzsuche ist umwandeln ein zufälliges permanentes ach das andere brauche ich die essenzen ne 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 geh mir weg hier ich brauche die essenzen zum äh umwandeln ein zufälliges umwandeln ein zufälliges ihr das Auge bräunig zick unterwelt boh alter was gibt es da für eine scheiße nub was mach ich mit tristana die disansion hat ich glaube ich seltenheit die habe ich tut mir leid denn zaubern bäh was solls durch alle ne ich muss nochmal durchgehen durchgehen ich habe nicht mal kemwit ich habe nicht mal niederli baron von vega curling vega ich habe nur genau ich wollte euch noch das kaugel zeigen oder vega vega kann ich nochmal weg einen zufälligen permanenten vega vega ich habe ihn halt ich habe entbossding da brauche ich nie noch einen hier zack dreimal vega und es kommt raus kleiner ritter amumu gut wir gehen in den shop und gucken uns mal die kaugel an haugel mf mehr erfahren das finde ich so lästig zack in den skins wo ist hier kaugel jetzt wisst ihr was ich meine ich meine das ist da ist das ist was hat sie hier so der ist ja schon fast zu hoch zugeschlossen muss man auch nichts zu sagen da ist hier ist die betonung auf das poster da hinten oder die halterung hier exakt genauso da ist die bommel hin das wichtigste ja gut das ist was für jüngere semester das ist nein das ist für jedes semester aber gerade das ist sicherlich es wird doch das ist immer so wo ich gerade da hinten wäre ist da das blitzkrank mundo lee sin die alle foto machen wohin denn eigentlich und sie ist das jenna so blond das kann doch jenna sein pool party oder leona ne leona nicht warte mal pool das muss ich jetzt herausfinden pool die haben alle einen tario das können ja alle sein hier aber wer ist denn blond lu na gut das ist nichts zu erkennen könnt aber wüsste ich jetzt auch nicht na gut das war es für diese runde nicht toll nicht hübsch nicht schön nicht so ist er der kingsplay ich würde sagen da er belassen ist die skins muss ich immer und allem aufbrauchen aber ach ich sammle so gern und ich verwende sie wenn ich sie verwende skana habe ich auch schon gute aber sandwächter finde ich gut die idemen finde ich auch ähm kann ich nicht aktivieren aber auf 675 ich könnte es aber wir gucken mal bis zum nächsten mal ciao ciao ah ah Bis zum nächsten Mal.